Was ist, wenn ich euch sage, dass es wen auf YouTube gibt, der falscher und verlogener als die Prank-Bros Katja Grasavitze und Leon Machere zusammen ist? Was ist, wenn ich euch sage, dass diese Person Hayes ist? Was ist, wenn ich euch sage, dass Hayes einen seiner Kollegen mit Selbstmord gedroht hat, wenn dieser die Wahrheit über Hayes sagt und ihn anzeigt und es davon sogar eine Beweisaufnahme gibt? Was ist, wenn ich euch sage, dass Hayes wiederholt seine Coder gescammt hat und oft die Käuferzahlen nicht einmal offengelegt hat? Was ist, wenn ich euch sage, dass Hayes wieder einmal seine Zuschauer manipuliert und man das diesmal auch ziemlich gut belegen kann? Und jetzt eine letzte Frage. Würdet ihr ihm dann noch immer blind glauben, wenn er wieder ein Video macht, wo er zu 99% nur labert und Argumente bringt, statt richtige Belege zu zeigen? All diese Themen und mehr werden in diesem Video behandelt. Und genau deshalb jetzt eine Message an den lieben Hayes. Du kannst dein Antwort-Video sparen. Ich gebe dir die Möglichkeit, entweder auf meinem oder auf deinem Kanal einen Livestream zu machen, wenn du gegen das in diesem Video gesagt etwas einzuwenden hast. Du lügst da deine Zuschauer nicht an, oder? Dann brauchst du ja sicherlich keine Zeit, um dir Ausreden auszudenken, damit du dann wieder ein Video machen kannst. Wenn du jetzt also trotzdem wieder ein Video machst, bestätigst du, dass wir Recht damit haben und du es nicht schaffst, uns auf realer Basis auseinanderzunehmen, wenn wir dich live mit Sachen konfrontieren. Wenn Hayes nicht lügt, dann wird ein Stream nicht nur viel Zeit für ihn ersparen und seinen Ruf wiederherstellen, sondern mich und alle Beteiligten komplett auseinandernehmen. Es wäre also nur in seinem Interesse, falls er kein Lügner und Betrüger ist. Denn nur jemand, der lügt und nicht mit einer Live-Konfrontation klarkommt, wird so ein Livestream auch nicht zustimmen. So, ich gehe jetzt erstmal auf die Dinge ein, die passiert sind und die Hayes abgezogen hat und danach behandeln wir das Video von Hayes zu der Icarus-Situation. Also, erstmal zu der Story mit der Selbstmorddrohung. Es gab ja diesen einstündigen Call, über den Hayes auch in seinem Video gesprochen hat. Was er euch aber nicht erzählt hat, ist, dass die zu dritt auf Hero Code eingeredet haben und sie wollten aus Hero Code unwahre Aussagen rausbringen, die gegen DICE, den Icarus-Coder sprechen, damit Hayes das für sein Video verwenden kann und damit Hayes wieder Gute dasteht. Hero Code hat dann auch noch ein schriftliches Statement abgegeben, von dem Hayes jedoch nur einen kleinen Teil in seinem Video gezeigt hat. In Wirklichkeit war dieses Statement weitaus umfangreicher und Hayes hat es nur nicht verwendet, da Hero Code sich geweigert hatte, es nach Hayes seinen Wünschen anzupassen. Kurz gesagt wollte Hayes, dass Hero Code eine falsche Aussage macht. Danach meinte Hayes, dass er einfach so die geheime Aufnahme vom Hero Code Gespräch verwenden wird, wo er versuchte, die Falschaussagen aus Hero Code rauszubringen. Also sozusagen dann die falschen Aussagen vom Hero Code für sein Video zu verwenden. Hero Code merkte jedoch, dass ihn Hayes nur manipulieren will und hat zu Hayes dann gesagt, dass sie ihn anzeigt und allen die Wahrheit sagen wird, was wirklich passiert ist, wenn Hayes dieses falsche Statement verwendet. Danach ist Hayes komplett ausgetickt. Er hat per Text und dann nochmal in einem privaten Call gedroht, sich umzubringen, wenn Hero Code das macht und das Hero Code an seinem Tod dann schuld ist. Ihr seht jetzt ein Screenshot zu dem Text, den Hero Code bekommen hat. Und ja, das ist eins zu eins das, was Hayes geschrieben hat, Rechtschreibfehler mit inbegriffen. Es gibt auch eine Aufnahme vom Call, also falls Hayes jetzt dumm kommt und das abstreitet, wird diese auch veröffentlicht. Das ist ein absoluter Psychoscheiß und einfach nur krank. Wie kann man nur jemanden mit sowas drohen? Hero Code war danach sogar so verstört, dass er mit seinen Eltern darüber gesprochen hat und überlegt hat, zur Polizei zu gehen. Jetzt zu dem Thema, dass Hayes mehrere seiner Devs abgezogen hat und dazu auch noch 1000 Euro an Alpha Anti-League schuldet. Mit dabei ist der liebe Dice, der sich in den Kontakt gesetzt hat mit den ganzen Codern und Aussagen von ihm geholt hat. Erzähl uns mal, was da so passiert ist. Also erstmal zu mir. Das erste Mal, als ich von Hayes gescampt wurde, war, als ich zusammen mit Hero Code den Hero Client gemacht habe. Und da hat Hayes mir quasi vorgeworfen, dass ich nicht mehr daran gearbeitet hätte. Und jo, hat mich dann deswegen quasi rausgeworfen und ich habe kein Geld mehr gekriegt, obwohl ich noch über 450 Euro beim Gut hatte. Was Hero Code auch so bezeugen kann. Und jo, warum ich dann überhaupt Icarus gemacht habe, ist, weil er mich halt eigentlich nett gefragt hatte, ob ich ihm einen Gome-Client mache. Und ja, aber dazu gehen wir später drauf ein. Dann kommen wir zu Superblaubeere. Der hat statt 250 Euro nur 50 Euro bekommen. Und dessen Text und dessen Story könnt ihr auch in der Beschreibung nachlesen. Genauso wie die Geschichte von den anderen Devs, die wir erreichen konnten. Und sogar Nero, der Developer von Ambien, also von einem sehr bekannten Client von Hayes, hat Zweifel angemeldet, weil er halt irgendwie nie die richtigen Einnahmen von Hayes gesehen hat. Und somit nicht wusste, wie groß sein Anteil ist. Und Hayes hätte ihn deswegen halt einfach easy über den Tisch ziehen können. Und dann kommen wir zu den ganzen ausländischen Devs. Nämlich hier die Devs von Sigma, Clean und einem BRC-Cheat. Also der BRC-Cheat-Dev ist Folser. Sollten vielleicht einige noch kennen, ist ein Russe. Und um kurz zusammenzufassen, was da bei allen drei Fällen passiert ist. Hayes hat halt gemeint, er könnte die Auszahlung noch ohne Vertrag. Und als die Coder dann ihre Auszahlung haben wollten, nachdem Hayes den Client verkauft hatte, hat er dann gemeint, jo, sie müssen halt erstmal einen Arbeitsvertrag beim Unterschreiben. Was halt logischerweise rechtlich gesehen sehr schwierig ist, weil die ja nicht aus Deutschland kommen. Und deswegen haben die ganzen Devs von, also Clean, Sigma und dem BRC-Cheat von Folser, die haben nie ihr Geld bekommen, keinen einzigen Cent. Was halt auch überhaupt nicht geht. Und er hat da quasi ja dreimal genau dasselbe gemacht. Und das kann kein Zufall sein und keine Dummheit mehr. Das ist pure Absicht. Übrigens, was ich jetzt eigentlich damit sagen sollte, ist, dass Hayes jedes Mal seinen Scam damit rechtfertigt, dass er keinen Vertrag hatte. Und dann halt einfach nur auf unschuldig tut, was überhaupt nicht geht. Und das tut er halt immer wieder und immer wieder abziehen. Dann kommen wir zu seinem damaligen Exit-Scam, also als er ganz mit Minecraft aufgehört hat. Da hat er logischerweise die Developer auch nicht mehr ausgezahlt, auch wenn die noch Geld bei ihm gut hatten. Zum Beispiel Hero Code hatte noch Geld bei ihm gut. Und Hero Code hätte sogar das ganze Geld, was ich noch hätte bekommen sollen, bekommen sollen. Und das hat er auch nicht bekommen. Also hat er quasi auch Hero Code über den Tisch gezogen. Und eventuell auch sein, jetzt leider können wir den nicht erreichen, da er halt gequittet ist und sogar sein YouTube-Kanal weg ist. Also es gibt gar keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Und dann kommen wir wohl zur dreistesten Sache, nämlich sein Scam an den Alpha-Anti-League-Ownern. Die Alpha-Anti-League-Owner sind ziemlich mad und wir haben auch Screenshots von denen bekommen, die halt alles gelegen können, dass Hayes einfach saubere Sache gefeuert hat, obwohl er dem Alpha-Anti-League-Team noch über 1.000 Euro geschuldet hätte. Dafür blenden wir jetzt auch mal die ganzen Screenshots ein. Und ja, also ihr müsst euch da auf jeden Fall euer eigenes Bild bilden. Aber es zeigt meiner Meinung nach schon, wie undankbar er ist. Dank den Alpha-Anti-League-Leuten wurden seine Clients das erste Mal in seiner YouTube-Laufbahn nicht gecrackt. Und trotzdem tritt er denen mit so einer Undankbarkeit entgegen. Und ja, zieht die einfach um über 1.000 Euro ab, was überhaupt nicht geht. Ja, natürlich ist es jetzt so, dass Hayes, was diese Scams angeht, behaupten kann, dass es nicht so war. Aber jetzt mal im Ernst. Denkt ihr wirklich, es ist Zufall, dass so viele Coder dieselben Dinge gegen ihn aussagen? Denkt ihr wirklich, da ist alles mit rechten Dingen zugegangen? Es ist doch schon etwas komisch, dass sich Hayes in jeder Situation so darstellt, als wäre er im Recht und es immer mit irgendwelchen Gründen rechtfertigt. So, und jetzt zu der Behauptung, dass dem lieben Hayes seine Kunden ja so wichtig sind. Sagen wir, das ist eher Meinungssache. Aber ich habe ziemlich starke Indizien dafür, dass es nicht so ist. Ich zeige sie euch einfach und ihr entscheidet. Also, Hayes hat im Call mit DICE, dem Icarus-Coder, als die sich eben gestritten haben, definitiv nicht so gewirkt, als wäre Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Es gibt sogar eine Audioaufnahme davon, was Hayes am Ende vom Anruf gesagt hat. Und die spiele ich euch jetzt mal vor. Dann passt das halt einfach fern. Dann passt das mit DICE aus. Bist mir auch recht. Dann behalte ich das ganze Geld. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Interessant, oder? Naja, jetzt kommt aber der Knaller. Unter dem Statement-Video von Hayes hat einer gefragt, was Hayes von der Audio hält. Und jetzt ratet mal, was Hayes, unser super ehrlicher Freund, gesagt hat. Er meinte, dass man bei der Audio nicht mal hört, dass er es ist. Es wirkt fast so, als wollte er sagen, die Audio sei fake. Tja, nur leider hat er diese Audio dekodiert und man hört eindeutig, dass es Hayes ist. Ich spiele euch die Audio mal vor. So, das ist wieder mal ein wunderschönes Beispiel für die Glaubwürdigkeit von Hayes. Mal sehen, was für eine Lüge er sich diesmal als Begründung ausdenkt. Die nächste Sache, die ziemlich dreist ist und manche sogar als Abzocke bezeichnen würden, ist, dass Hayes immer noch die Videos und Bilder zum Vermarkten von Icarus verwendet, ohne dort irgendwo zu erwähnen, dass man nicht dieses Icarus bekommt. Mir ist klar, dass das neue Icarus sicher ähnlich gut sein wird. Trotzdem ist es nicht derselbe Client. Stellt euch mal vor, ihr lasst euch ein Produkt extra in Deutschland anfertigen und erfährt dann, dass es stattdessen China angefertigt wird. Würdet ihr euch da auch nicht verarscht fühlen? Wenn Hayes die Kundenzufriedenheit also so wichtig ist, soll er den Leuten ihr Geld zurückgeben und die können dann entscheiden, ob sie das neue Icarus wollen oder nicht. Wir haben dazu auch eine Umfrage gemacht und das Ergebnis ist eindeutig. Außerdem behauptet er, dass das alte Icarus eh nicht so toll ist und dass das neue Icarus sowieso besser wird und so weiter. Das ist wieder so eine Lügenmanipulationsmasche von ihm. Das zieht er jedes Mal ab. Damals bei Sigma hat er das Gleiche gemacht. Er hat da auch behauptet, kaum war der Client aus seinem Shop, hat er behauptet, dass der neue Client sowieso besser ist. Und hier macht er es wieder. Und für die Leute, die es noch immer nicht gecheckt haben, er sagt das offensichtlich nur deshalb, damit er den Leuten ihr Geld nicht zurückgeben muss und es auch noch gut rechtfertigen kann. Der Client ist übrigens besser als Sigma. Hat mehr Bypasses, bessere Killaurer und so weiter. Und den Client bekommt ihr halt umsonst dafür, dass Sigma aus dem Shop ist. So Leute, und jetzt reacten wir auf das Video von Haze und stoppen jedes Mal, wenn es halt irgendwas zu sagen gibt. Und das ganze Video könnt ihr euch natürlich auch bei Haze ansehen. Beginnen wir mal. Da sind wir jetzt auf eine sehr kritische Aussage gestoßen. Ich will nicht sagen, wer offensichtlich recht hat. Haze, was ist das für eine Manipulationsscheiße? Ich will nicht sagen, wer offensichtlich recht hat. Oh, ich, der Haze, ey, hörst du dir eigentlich selbst zu? Ja, und wenn ich jetzt hier auch noch was dazu sagen könnte, ich denke mal, dass rechts außen sind ja die Klicks, also elf Stück. Also hat er sich auf jeden Fall sehr, sehr viele Meinungen eingeholt. Und ich fand es jetzt auch ehrlich gesagt einfach übertrieben. Ich meine, dass er das Freunden geschickt hat, um sich eine Meinung einzuholen, ist ja noch glaubwürdig. Aber dann zu behaupten, dass die es Freunden geschickt haben und die haben es Freunden geschickt. Und teilweise kannten die Leute ihn dann nicht mehr, ist einfach komplett falsch und manipulativ. Er will damit einfach nur verdeutlichen, dass selbst Leute, die ihn nicht kennen, die komplett unabhängig von ihm sind, das da genauso sehen wie er. Und man drängt halt wirklich den Zuschauer sofort dazu, derselben Meinung wie Haze zu sein. So, also jetzt erzählt Haze, dass er in einem Gespräch war und dass ihm dort seine Kumpels Recht gegeben haben. Ja, das ist echt toll. Ja, er betont die ganze Zeit, wie ihm jeder Recht gibt. Und wisst ihr was? Das ist ein psychologischer, manipulativer Trick. Den könnt ihr auch im Buch, das heißt Psychologie des Überzeugens, dort könnt ihr das auch nachlesen. Ich habe das Buch gelesen. Das ist ein wunderbarer Trick, wo man einfach sagt, jo, es sind so viele Leute der gleichen Meinung und dadurch, ja, verkauft man den Leuten halt auch besser. Jo, das ist die richtige Meinung, bla bla bla. Ja, indem er euch erzählt, was da jetzt die Meinung ist von vielen. So, und jetzt redet er davon, dass er mit dem Hero Code eben gesprochen hat und es war, ja, so, dass ihn DICE angeblich manipuliert hat, angeblich ist Hero Code wieder zurückgerudert. Aber es ist genau das passiert in Wirklichkeit, was ich euch schon zuvor im Video gesagt habe. Nämlich, Hero Code wollte nicht, dass Hayes die geheimgemachte Aufnahme verwendet und Hero Code hat ihm gesagt, dass er halt eine Anzeige bekommt. Und dann kam Hayes eben mit der Morddrohung. Das ist in Wirklichkeit passiert. Und das ist belegbar. Was sagst du dazu, DICE? Erstmal muss ich dich natürlich korrigieren. Das war keine Morddrohung, es war eine Selbstmorddrohung. Sorry, sorry, ich habe mich versprochen. Selbstmorddrohung. Selbstmorddrohung, was auf jeden Fall ziemlich krank ist, auf jeden Fall. Und dann, ja, er redet hier von irgendeinem Beweismittel. Und man muss einfach sagen, Hero Code ist in diesen Call gejoint, weil er sich die Sicht von Hayes anhören wollte, damit er sich nicht nur auf meine Sicht verlassen muss. Aber wie das dann, was dann im Endeffekt passiert ist, ist, dass Hayes und seine zwei Freunde ihn probiert haben dazu zu drängen, dass er Aussagen trifft, die mich belasten würden. Und dass er Hero Code auch im Nachhinein realisiert. Und war dann deswegen auch eher auf meine Seite gestellt. Und allein schon, dass Hayes diese Aufnahme gemacht hat, er wusste ganz genau, dass Hero Code sich nicht in die Öffentlichkeit stellen lassen will. Und deswegen hat Hero Code hier auch kein gesprochenes Statement für unser Video gemacht. Genau. Und das habe ich eigentlich schon so halbwegs zuvor im Video erklärt. So, das ist ja wieder mal ein Top-Argument. Er hat gerade gesagt, ja, ihr könnt selber nachlesen. Er hat nichts verlinkt, ja, das ist schon mal nice. Es hat da nämlich auch einen Pastebin gegeben dazu, den hätte er auch verlinken können. Und dann sagt er auch noch, ich werde auf manche Sachen nicht eingehen, weil diese so dreist gelogen sind. Ja, da braucht man nicht drauf eingehen. Was ist das für ein Argument? Weißt du was? Okay, wenn der Lehrer sagt, ja, du hast deshalb und deshalb eine schlechte Note, passt, dann sage ich einfach, das ist so dreist gelogen, darauf brauche ich nicht eingehen. Ändern Sie meine Note, passt. Was ist das für ein Argument? Was sagst du, was ich dazu auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass ich es ja auch ziemlich lustig finde, dass er sich im Fortlauf des Videos jetzt kein einziges Mal auf den Text beziehen wird. Er wird da nichts zitieren und gar nichts. Also er erzählt im Prinzip eigentlich nur seine eigene Sicht, ohne auf meine Sicht einzugehen. Was das einfach mal wieder zeigt, dass er einfach nur seine Sicht vermitteln will und ja, kein Ohr für die des Gegenübers hat. So, und jetzt hat er auch mal wieder dreist gelogen. HeroCode hat ihm selbst gesagt, dass er nicht in die Öffentlichkeit gezogen will. Da könnt ihr auch alle HeroCode fragen, das wird er mir so bestätigen. Und er wird das wirklich bestätigen und ich sage es nicht einfach nur so. Also HeroCode wollte nicht in die Öffentlichkeit gezogen werden. Er will einfach nicht irgendwie, ja, da seine Stimme in irgendwelchen Videos preisgeben, auch nicht in dem jetzt hier gerade. Und ja, von Haze zu behaupten, er würde nur die Wahrheit verstecken wollen, ist einfach komplett gelogen. Was er gerade gesagt hat, ist eigentlich im Prinzip, dass der Text eigentlich nicht zählt und ungültig ist und dass eigentlich nur seine Sicht, die er jetzt erzählt, gültig ist. Genau das hat er so gesagt. Ihr könnt es euch gerne nochmal anhören, aber genau das hat er gesagt. Er hat gesagt, er wird es sich gar nicht durchlesen und es ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ey, wo ist der Link, Mann? Ich glaube, ich muss zum Augenarzt gehen. Ich kann den Link nicht finden. Okay, dafür möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen, auch bei Haze direkt. Es war einfach überreagiert von mir, da zu behaupten, er hätte das von Anfang an geplant gehabt, aber ich habe da in dem Moment einfach so gedacht, weil ich mir gedacht habe, wegen so einer Kleinigkeit jemanden rauszuwerfen und ich denke mal, da hat er mir auch zugestimmt, dass es eine Kleinigkeit ist. Da habe ich mir gedacht, ja, das muss einfach geplant gewesen sein, damit er mich dann begründet rauswerfen kann. Wow, du bist zumindest wirklich fähig, deine Fehler einzusehen. Das ist mal was Schönes. Und das hat Haze leider in seinem Video überhaupt nicht gemacht. Er hat keinerlei Schuld auf sich genommen. Er hat eigentlich probiert, alles auf mich abzuschieben, was einfach falsch ist. Aber tut er auch immer eigentlich. Also, das ist nichts Neues. So, und das ist jetzt auch mal wieder ziemlich dreist, von ihm mir das so vorzuwerfen, weil er halt selber wusste, dass zu diesem Zeitpunkt, als ich diesen Pace-Bin-Text verfasst habe, dass das die einzige Wahrheit war, die ich kannte. Er hatte zu mir gesagt, das war's mit Icarus, er behält das ganze Geld für sich und ich wusste auch nicht, dass er sich neue Developer suchen würde und denen dann das ganze Geld geben würde. Also, ich konnte zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, dass das eine falsche Aussage werden würde. So, und was er jetzt hier nämlich verschweigt, ist zum Beispiel allein schon der simple Fakt, dass diese Boardfair Trajectory an einem Abend, spätabends, wirklich entstanden ist, weil ich eigentlich ins Bett wollte, weil ich am nächsten Tag in der Früh Schule hatte und ich wollte halt die Trajectory noch kurz fertig machen, damit er die quasi in seiner Version schon drin hat und über so eine 5-Minuten-Trajectory meint er sich dann hier zu beschweren, meint mir dann die Schuld für seine 6-Stunden-Aufnahme in die Tasche zu schieben und meint dann, er hätte mir gesagt, sowas könne er nicht verkaufen. Die simple Wahrheit ist, dass ich das ja auch im Text so erwähnt hatte, diese Situation und zu diesem Zeitpunkt, wo er sich über die Boardfair Trajectory beschwert hatte, hatte er mir schon gedroht, hatte er gesagt, da war Hero Code auch dabei, kann er auch bezeugen, wird er euch bezeugen, dass er einfach keinen Bock mehr hat, dass er jetzt Icarus aus dem Shop nimmt und die Einnahmen für sich behält. Das hat er zu diesem Zeitpunkt auch schon gesagt gehabt und das erwähnt er hier überhaupt nicht, was einfach mal wieder typisch ist, er verschweigt die Fakten, die ihn belasten würden. So, und das ist einfach mal wieder eine so verlogene Geschichte. Er tut so, als wenn ich Icarus nicht geuploadet hätte und somit der Release quasi ausfallen musste, aber das Fakt ist, der geplante Release, von dem ich wusste, der war am 31. März und bis dorthin hätte ich, wie man auch in meinem Text ja auch gelesen hat, meinen eigenen Launcher, womit ich dann ja keine ARL-Kosten mehr hätte, fertiggestellt und mein Client wäre dort drin gewesen und Haze wusste auch von Anfang an, dass ich plane, einen eigenen Launcher zu machen und das hatte ich ihm auch gesagt, da kann er mir jetzt keine Vorwürfe machen und ich habe den Client auch auf keinen Fall den Kunden vor der Nase quasi weggeschnappt, weil ich wusste nicht, dass er ihn jetzt schon so früh releasen will, das sagt er ja jetzt auch einfach nur im Video und ja, es ist einfach nur mal wieder dreist, die 10-Euro-Aktion erwähnt er natürlich auch nicht, dass es ihm unbedingt darum ging, dass ich diese 10 Euro zahle, deswegen hat er auch die Snipe-Aktion, die in meinem Text erwähnt wurde, völlig ausgelassen. Genau, das hat er gar nicht erwähnt, was in deinem Text war, wunderbar, obwohl sein Kollege Snipe, ja, der das angeboten hat, aber davon sagt er natürlich nichts. So, und was jetzt einfach mal wieder passiert ist, ist mal wieder typisch. Er tut so, als hätte er mir so viele Chancen gegeben, als wäre er wirklich daran interessiert gewesen, einen Kompromiss zu finden und das zu klären, aber was die simple Wahrheit war, er hat gesagt, er behält sich das ganze Geld ein, hat mich aus dem Call removed und hat mich auch nicht wieder reingemacht. Er hat mir im Text-Chat, das stimmt, hat er mir noch Angebote gemacht, aber da hätte ich nur noch 40% und keine 50% mehr bekommen und somit ist sein ganzes Statement hier komplett verlogen. Er hat mich nicht wieder in den Call hinzugefügt und er hat mir auch keine 50% mehr angeboten. Fertig. Das Dreiste ist, wir können nicht mal Chat-Nachrichten vorzeigen, weil Haze seine ganzen Chat-Nachrichten immer gleich löscht. Ja, ich würde mal sagen, wer nichts zu verbergen hat, der hat sowas auch nicht nötig, aber tja, Haze tut halt immer seine Nachrichten dann schön löschen, damit man keine Beweise hat. Das ist wunderbar. So, und was jetzt kommt, ist mal wieder Jura-Kenntnis auf einem anderen Level. Was er hier komplett außen vor lässt, ist, dass wir ja im Prinzip einen mündlichen Vertrag hatten, aber kann ich ja natürlich nicht beweisen, er hat ja alle seine Nachrichten gelöscht und so weiter. Was er auch noch dreistes hier sagt, ist, dass er ja rechtlich so im Klaren wäre und das hat er mir so dreist unter die Nase gerieben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Er hat gemeint, ich könnte ihm nichts, blablabla, wir hatten keinen Vertrag, dies und das. Also er hat mich das richtig spüren lassen, was einfach mega asozial ist und ich kann es euch leider nicht beweisen. Ich hoffe, er leugnet es einfach nicht, wäre mal wieder komplett ehrenlos, aber wie gesagt, ich kann es leider nicht beweisen. Er hat alle Nachrichten gelöscht und es tut mir leid, aber ich tue nicht jede Nachricht screenshotten oder abfilmen. So, und wenn ihr jetzt richtig hingehört habt, dann habt ihr gehört, dass er gesagt hat, auch wenn ich jetzt hier nicht die Wahrheit gesagt hätte, wäre ich immer noch im Recht gewesen. Er hat also quasi indirekt zugegeben, dass er lügen könnte oder dass er gelogen hat und das ist doch einfach mal ein ziemlich eindeutiger Beweis dafür, dass er lügt. Und er ist sich so bewusst, dass es Aussage gegen Aussage steht. Deswegen behauptet er einfach, ich würde lügen. Es ist halt super dreist von ihm. Ich kann es ihm leider nicht nachweisen, aber dafür haben wir halt für viele Sachen. Das nutzt er aus, aber das macht Hayes andauernd. Er nutzt es aus. Du kannst nichts machen sowieso. Seine Community, die glaubt ihm sowieso alles. Und er hat es sogar mal so ungefähr, ja sagen wir, unter die Blume, durch die Blume oder wie auch immer das Sprichwort ist, so hat er das mal gesagt. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie dreist er mir das unter die Nase gerieben hat in unserem Privatshit. Also ich würde euch so gerne die Screens zeigen, ja. Ja, aber, ja, er nutzt es einfach aus, dass es Aussage gegen Aussage steht und das, und er zählt darauf, dass ihm seine Community glaubt. Das ist halt das Traurige. Oh mein Gott, das ist so dreist, Leute. Ihr habt keinen Plan. Ihr habt keinen Plan. Dieser Screenshot, den ihr hier seht, ratet mal, von wem der kommt. Ja, der kommt von mir. Und das Video wurde hochgeladen von einem Kollegen von mir. Ich hatte vor einigen Tagen sozusagen gebastelt, dass Icarus ziemlich ähnlich aussieht, so von den Modulen her und von der Kill-Aura her, wie Xanax, ja. Dieser Screen kommt von mir. Und Haze hat davon erfahren. Er hat sich vor ein paar Tagen noch über diesen Screenshot lustig gemacht, dass das ein Beweis sein soll, dass irgendwie Xanax irgendwie, ja, beziehungsweise Icarus von Xanax geskillet ist oder was auch immer, ja. Da hat er sich noch drüber lustig gemacht, so. Aber ich glaube, da kann euch der liebe Dice Nieres dazu sagen. Jo, also dass es mal wieder ziemlich dreist ist, regt mich ehrlich gesagt super hart auf, dass ich damals so naiv war und keine Beweise irgendwie angefertigt habe über das, was er zu mir gesagt hat und was wir halt gesprochen oder geredet haben. Was nämlich einfach Fakt war, ist, dass er erst mal auf mich zugekommen ist und gemeint hatte, jo, willst du vielleicht Xanax bei mir in den Shop nehmen beziehungsweise mir einen Gommel-Client liefern und dann hätte er auch Xanax direkt in den Shop genommen. Aber, dann ist er nach ein paar Tagen auf die grandiose Idee gekommen, dass wir auch einfach Xanax renamen können. Ja, das war seine Idee. Das war einfach seine Idee. Damit die Xanax-Käufer sich nicht beschweren und was er dann ja quasi wollte, ist, dass ich einfach nur Xanax nehme und es umbenenne. Was ich nicht gemacht habe, dafür gibt es Beweise. Du hättest die Erlaubnis gehabt, Degger. Eben, ich hätte die Erlaubnis gehabt, er wollte es von mir, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich ein schlechtes Gewissen gehabt hätte. Ich habe einzelne Modules kopiert, ja, das stimmt, aber das ist immer noch mein eigener Teil, was er auch nicht erwähnt. Ja, ich habe es ja nämlich gebastelt, zum Beispiel Kill Aura hatte genau gleiche Settings wie Xanax. Da war es klar, ja, okay, paar Module könnten kopiert sein, ja. Aber sonst, das ist eine Frechheit. Hey, sag zu Dice, ey, Digger, benenn den Client einfach um. Und jetzt, wo Beef ist, ey, dieser Dice, der hat einfach den Client umbenannt, das geht gar nicht. Ey, was ist das? Was ist das für ein Zirkus, Mann? So, was sagst du zu der geschriebenen Stellungnahme von Hero Code? Ja, das hat er auch mal wieder schön sich zurechtgelegt, natürlich nur ein paar Sätze gezeigt, aber Fakt ist, dass Hero Code diese Stellungsnahme sogar für Hayes speziell geschrieben hat, weil Hayes eine Stellungsnahme von ihm wollte und da er ja nicht in dem Video auftreten will, hat er die halt schriftlich gemacht. Und die war viel länger, die ging vier Seiten. Und die war viel länger, ja, genau. Und was er hier auch komplett, ja, er benutzt die zwar jetzt schön und gut, aber nur ein paar Sätze und der Grund dafür ist auch ganz simpel. Ihm hat diese Stellungsnahme nicht gepasst und deswegen hat er von Hero Code verlangt, dass der sein neutrale Statement zu der ganzen Sache, in dem ich übrigens meiner Meinung nach sogar eher finde, dass Hero Code mehr Hayes zuspricht, er wollte diese nicht verwenden, weil Hero Code seiner Meinung nach zu parteiisch war und zu sehr zu mir gestanden hat und deswegen hat er von Hero Code verlangt, dass er diese Stellungsnahme abändert, was er natürlich Gott sei Dank nicht gemacht hat. Und da seht ihr wieder gut, was Hayes mit seinen Gegnern macht und was er wahrscheinlich auch bei mir wieder machen wird. Und jetzt wieder bei Nice natürlich, ne? Schön bam, 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 draufhauen, so viel Negativität über die Person raushauen, die nur geht, die Person so schlecht ins Licht stellen, dass sich jeder denkt, boah, diese Person ist unglaubwürdig. Das ist die Taktik von Hayes. Nein, nicht richtige Beweise zeigen, nicht alles zeigen, nein, die gegnerische Person schlecht darstellen. Das ist seine Taktik und das ist so mies. So, Hayes sagt, der Client wäre diese Woche released worden, also irgendwie ist das Ganze diese Woche passiert, kannst du mir mal da genau erläutern, ob das so stimmt. Ja, komischerweise wusste ich von diesem Release nämlich nicht. Der einzige Release, der mir gesagt wurde, für meinen Client, war der 31. März. Also, ich hatte noch mehr als genug Zeit, um meinen eigenen Launcher zu machen, weshalb es auch komplett unnötig war, dass er mir angeboten hat, die Kosten für mich zu übernehmen. Und er wollte sich einfach nur... Ja, ja, gut, aber warte, warte, ich muss dich mal stoppen, ja? Ja, ja. Es geht ja auch darum, dass er dich jetzt wieder als schlecht oder schuldig darstellt, weil es diese Woche hätte released werden können. Das stimmt ja aber gar nicht. Hä? Genau, er will einfach so tun, als hätte ich den Icarus-Käufern jetzt den Client quasi direkt vor der Nase weggeschnappt, was simpel einfach nicht stimmt. So, und was er jetzt hier gesagt hat, dass das mir ja nur ums Geld gehen würde, ist einfach die dümmste Aussage, wofür ich ja einen öffentlichen Beleg beziehungsweise Beweis gebracht habe. Das, die ganze Aktion ist der Beweis. Die ganze Aktion ist der Beweis. Ich habe Icarus, ich habe in Icarus so viel Arbeit reingesteckt, ich habe den Client nicht nur renamed, wie er es von mir wollte. Ich habe da wirklich auch viel, viel, viel Arbeit reingesteckt und ich habe keinen einzigen Cent dafür bekommen. Ich habe den Client free released, weil ich einfach nicht wollte, dass diese Arbeit umsonst ist. Ich kann den Client jetzt nicht selbst verkaufen. Ich wollte den ja bei Haze verkaufen, was ich ja jetzt nicht kann. Deswegen habe ich keinen Nutzen mehr für den Client und ich werde ihn jetzt einfach free releasen, habe ich free released. Und ich denke mal, das ist der eindeutige Beweis dafür, dass ich daran nichts verdiene. Ja, warte, aber vor allem, vor allem, er hat dir ja was angeboten. Du hättest jetzt rein theoretisch einen auf den machen können. Okay, Haze, ich nehme dein Angebot an. Dann hätte er dir so dein Geld gegeben und dann hättest du dich einfach verpisst, wärst du ums Geld gegangen und hättest du von Haze weg wollen. Aber dir geht es nicht ums Geld und wolltest von Haze weg. Ja, also hast du das gemacht, was du jetzt gemacht hast. Sonst wärst du zu Haze gegangen, Geld gegrabt und weg. Aber hast du nicht gemacht? Mir ging es einfach ums Prinzip, ich wollte nicht zulassen, dass er sich durch so eine unehrliche Aktion 10% mehr, der 10% von den Einnahmen mehr erschleicht, habe ich einfach nicht eingesehen. Deswegen habe ich das noch nicht zugelassen und ja, habe gesagt, das war es dann mit der Zusammenarbeit. So Leute, und jetzt will ich euch nochmal zeigen, wie Haze weiterhin rumlügt und manipuliert. Zum Beispiel in seinem Video meinte er ja, wie die Meinung der Menschen gleich ist und blablabla. Damit hat er sich ja so wichtig gemacht. Aber im Endeffekt wurde dieses Kommentar hier, beziehungsweise dieser Kommentar, wurde unter seinem Video gepostet und ratet mal, welcher Kommentar nach ein paar Stunden nicht mehr zu sehen war. Richtig, es ist dieser. Den hat er einfach gelöscht. Wunderbar. Wenn man Kritik gegen das, was er sagt, in die Kommentare bringt, dann löscht das einfach. Das ist auf jeden Fall gute Kritikfähigkeit und da sieht man, ja, ne, jeder hat die gleiche Meinung und er tut es gar nicht zensieren. Nö, nö. So, gehen wir zum nächsten, was wieder mega dreist ist. Wir haben das jetzt gerade eben besprochen. Er behauptet hier einfach, dass er nichts davon wusste, dass der Client sozusagen, dass da ein paar Sachen aus Xanax drin sind und so, als wäre das irgendwie ehrenlos, dass Dice jetzt da ein paar Sachen rauskopiert hat. Aber im Endeffekt hat er es ja genau gewusst. Das war sogar eigentlich seine Idee, sein Vorschlag. Also es ist so eine Frechheit. Wie kann man sowas schreiben? Und ganz ehrlich, diese Aussagen, genau diese Aussagen sind der Grund, warum er, und ich habe ihn eigentlich schon davor zu einem Livestream eingeladen, warum er sich so sträubt und Schiss davor hat, in den Livestream zu kommen. Weil live, ja, wenn wir dann dieses Thema ordentlich zum Beispiel behandeln, das hier, da wird ihm nicht so schnell irgendwas random einfallen. Aber wir haben dann noch genug parat, ne, für den Stream, also noch genug Sachen zum Konfrontieren. Keine Sorge. Auf jeden Fall, das zeigt wieder mal ziemlich gut, wie verlogen da ist. So, dann kommen wir zu einer weiteren Frechheit, okay? Da hat einer geschrieben, warum hast du nicht das einstündige Video hochgeladen? Er antwortet, nein, selbst wenn ich nur die Information aus dem ganzen Einstundengespräch detailliert beschreiben würde, würde ich mich strafbar machen. So, mein lieber Hayes, du machst dich alleine schon mit einer unerlaubten Aufnahme strafbar. Das kannst du im Strafgesetzbuch mal ein bisschen nachlesen, wäre nicht schlecht, ja, nur so als Info, ich und Hayes haben irgendwie vor so zwei Jahren privat gesprochen, ja, das war auch unser einziges Gespräch und er meinte da zu mir, wenn ich dieses Gespräch aufnehme, dann mache ich mich strafbar. Ey, Hayes, Bro, was los? Ey, warum ist es auf einmal okay, dass du ihn heimlich aufnimmst, wenn du mir noch damals so zu mir meintest, ey, wenn du das aufnimmst, ja, dann zeige ich dich an. Interessant, Digga, interessant. Und ich meine, das Gesetz sagt auch eindeutig, was Sache ist. So, und jetzt die nächste dreiste Lüge. Hayes behauptet, und diesen Kommentar hat er mittlerweile gelöscht, das müsst ihr euch vorstellen, den hat er jetzt wieder schnell weggelöscht, ne, ähm, er hat behauptet, dass DICE, ja, dank ihm Project Infinity Lifetime bekommen hat. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? DICE hat Project Infinity nur für einen Monat und das hat er sich selbst vom, äh, vom Coder sozusagen, beziehungsweise vom Owner von Project Infinity besorgt. Ja, ich war auch live dabei, er hat ihm geschrieben, dem Project Infinity Owner und, äh, DICE meinte, ja, ich promote dein Sheet, gibst du gratis und der Project Infinity Owner hat für einen Monat gratis gegeben. Also, da tut wieder Haze auf absoluten Ehrenmann, obwohl er der ehrenloseste, ehrenlose Menschenstance gibt. Und ja, DICE, ich würde sagen, wir verabschieden uns mal von den Leuten, oder? Ja, haut auf jeden Fall rein, ich hoffe, es ist gut zu verarbeiten hier die ganze Info, ich meine, es ist vielleicht für manche Haze-Fans wirklich schwer zu schlucken, dass Haze lügt, aber, ich denke mal, allein schon diese Project Infinity Aktion, es war so unnötig, diesen Kommentar zu schreiben. Wir gehen jetzt nicht mehr genau drauf ein, ganz ehrlich, ganz ehrlich, lassen wir das Thema. So, ich verabschiede mich auch, ich verabschiede mich auch, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.